Herr Müllers Tor der Woche. Wählt noch bis zum 12. November euren Favoriten. Tor 1 für Lars Heines, TSV Kaldenkirchen, Kreisliga A. Tor 2 für Tobias Münker, SSV Maiswinkel Oberholzklau II, Kreisliga D. Tor 3 für Pascal Gevers, ASV Ellewick, Kreisliga A. Stimmt ab für euren Favoriten bei Herr Müllers Tor der Woche.